Hallo Redaktion, habe jetzt die Tarnkappe auf. Reporter, sind Sie wirklich unsichtbar? Ja, gehe jetzt direkt an die Happy Hipposnack Bar. Und, sind Happy Hippos da? Ja, und sie futtern ununterbrochen. Etwa den Kinder-Happy Hipposnack? Ja. Ist das der Grund, warum die Happy Hippos immer so happy sind? Vielleicht. Bringen Sie einen mit. Ich probier's. Autsch. Reporter, warten Sie einen. Der muss ja riesig schmecken. Tja, Kinder-Happy Hipposnack schmeckt hippomäßig gut.